Mein Name ist Markus Kaiser. Ich bin IT-Leiter bei Mero Germany AG und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, dass wir den gesamten Posteingang und die Rechnungsprüfung mit Saperian abwickeln wollen. Derzeit ist die Rechnungsprüfung komplett in Saperian abgebildet. Ein einfacher, gestrickter Workflow ist es. Dann wollen wir in Zukunft die Rechnungsprüfung in Navision integrieren und den Posteingang, der jetzt rein Papierarbeit ist und verteilt wird, dementsprechend wollen wir dann digitalisieren und auf diesem Wege den Benutzern zugänglich machen. Unser Ziel bei der Rechnungsprüfung ist das, dass der Benutzer aus dem Navision keine andere Anwendung aufrufen muss, dass er die Rechnung in dem System prüfen kann und die Daten aus dem Saperian nur geholt werden und die Eingabe über Navision erfolgt. Und bei der digitalen Posteingangserfassung ist das Ziel für uns in der Ferne, dass der Benutzer alles über eine Oberfläche erreichen kann, so dass er nicht zwischen verschiedenen Softwarelösungen hin und her wechseln muss. und bei der digitalen Posteingangserfassung ist das Ziel für uns in der Ferne. Und bei der digitalen Posteingangserfassung ist das Ziel für uns in der Ferne.